Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Play Red Dead Redemption 2 Part 49. Ich bin auch ein Voldyboy. Wenn ihr möchtet wissen was in der letzten Folge alles gelaufen ist, es ist alles in den Beschreibungen verlinkt und hier an dieser Stelle erfolgt wie immer mein Aufruf. Wenn euch gefällt was ihr seht, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Es ist nicht alles Frieden, Freude, Eierkuchen, die nach der Ankunft von Abigail und Jack hier auf Beecher's Hope vorgefallen ist. Abigail macht sich grosse Sorgen nachdem sie von Sadie Adler erfahren hat, dass sie Anhaltspunkte hat über den Aufenthaltsort von Micah Bell. Wie wir gehört haben beim letzten Mal ist er ja mittlerweile zu einem Familienmörder mutiert und es ist ganz klar dass die Konfrontation zwischen John Marston und dem ehemaligen Bandenmitglied von der Dutch Van der Linden Gang noch ausstehend ist. Mit Sicherheit wird es so sein, dass wir auch über den Bandenchef Neuigkeiten erfahren werden bei dieser Begegnung und die Schatten der Vergangenheit müssen jetzt endgültig aus dem Weg geräumt werden. Damit die Zukunft für John Marston und Abigail Roberts endlich einen Neuanfang generieren kann. Jetzt sollten wir uns allerdings zuerst einmal mit Jack beschäftigen. Die Vater-Sohn-Beziehung zwischen John und Jack muss ganz dringend aufpoliert werden. Und ich denke mir, dass John eine gute Idee hat, wie man das Ganze gestalten kann. Wie geht es denn? 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 Wird und spielen mit dem Haaren. Wie geht es denn? Nicht besonders. Ich mag wirklich nicht. Ich mag es. Ich mag es, aber auch. Ich mag es, was. Weil wir müssen ein paar Zitzen finden. Wird die Zitzen finden. Wie geht es denn? Okay, Herr. Warum muss man so sein? Das ist ein bisschen. Sorry. Jag schauelt. Ich möchte, dass ich eher so sein würde. So ein bisschen? Nein, aber... Lass uns weitergehen. Kann Rufus kommen fischend? Fischst die Fisch. Aber wenn du ihn auch möchtest... Ich glaube. Also... Du weißt nicht, wenn wir nicht fischend sind? Ja, ich... Ich bin nicht sehr gut bei diesem. Bei Fischend, oder? Bei Gesprächend mit dir. Okay, ein Angelausflug ist geplant. Das könnte ja sehr, sehr spannend werden. Und bei dieser Gelegenheit kann John Marston und Jack sich mal so richtig aussprechen. Und der Hund, Rufus, soll uns also begleiten. Das Gras und die Licht. Es gibt viel Schmerz in dieser Welt, aber es ist sicher viel Schmerz. Ja. Du wirst es besser sehen, wenn du älter bist. Es ist schwer zu sein. Es ist einfach... Land und Licht. Aber für mich... Es ist... Es ist... Es ist Leben. Ich... 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 Ich kann es erklären. Okay. Ich kann es erklären, wenn du älter bist. Was sollst du sein, wenn du älter bist? Ich will nachher. Und sehen die Welt. Das ist eine gute Idee. Dann... Du bist ein leger. Und helfen die Leute. Das ist... Das ist nicht ein leger. Das ist das. Du wirst mich riecht? Nein. Never. Just... Whatever du machst, mach es besser als ich und deine Mutter. Wir haben es. Wie wir haben es. Wir haben es. Wir haben es nicht gemacht. Bis jetzt. Okay. Okay. Ein Anwalt möchte Jack werden. Es ist klar, dass sich mit dieser Materie John überhaupt nicht auskennt. Allgemein hat er ja auch sehr grosse Probleme um seine Hobbys zu akzeptieren. Vielleicht ändert sich das jetzt auch durch den Ausflug, den die beiden miteinander machen. I guess I didn't expect it to be so far. Schaut euch mal die wunderbare Landschaft an. Der Fluss, der ganz in der Nähe von Beaches Hope durchführt. Lässt geradezu... ...zum Fischen ein. Das ist ein richtig guter Fischen Spot. Folgen immer sagen das. Ein Stunden später, sie haben nichts verletzt. Nichts? 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 In diesem Fall, das ist wahr. Ich sehe, dass es ein richtig großes Fischen hier gibt. Großartige Stilleheads. Es ist schwer zu fangen, aber wirklich gut zu essen. Es ist schwer zu fangen. Es ist schwer zu fangen. Du musst deine Erinnerungen in früh. Das Hund weiß nicht, dass er von einem Verletzten von Know-It-All ist. Komm schon, Vater. Ich bin sorry. Nein, du bist nicht. Es ist alles okay. Komm schon, wir fischen. Okay, Jack hat da schon eine gewisse Schlagfertigkeit gegenüber seinem Vater entwickelt. Jetzt sollten wir einen Köder anbringen. Wir haben das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Seit dem kleinen Jack mit dem Arthur Morgan in der Nähe von Valentine. Dann reilo ihn rein. Bleibe ruhig. Alles in einen Ausflug gemacht hat. Und dabei sind sie ja dann auf die Pinkertons gestossen. Der Agent Milton und der Agent Ross. Und das hätte dann dann zu dieser unangenehmen Begegnung geführt in Valentine mit dem Ölmagnat. Das alles ist schon so lange her. Wir haben bis jetzt leider noch gar nichts gefangen. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Er ist ein Tier. Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Ich will ihn finden. Rufus! Komm schon, Junge! Rufus! Hier, Junge! Let me come help you look. Es ist eigentlich aussergewöhnlich, dass ein Hund sich so weit von seinem Meister entfernt. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt, um so lange hier am Ufer zu warten. Rufus! 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 Pa, go search over there, won't you? That looks fine, boy. But, I'll go look. Rufus! 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 Es würde ihm doch wohl nichts zugestossen sein. Rufus! Rufus! Okay, der Jack hat eine Spur aufgenommen. Oh, er ist von einer Schlange gebissen worden. Was werden wir tun? Was werden wir tun, Pa? Wir müssen das Gift aussaugen. Well, suck it, Dad! Well, spit it out! Is it all out? Dad, Rufus, no! No! Don't swallow it! He's gonna die! He's gonna die! He'll be okay. We just gotta get him somewhere warm and calm. He's gonna die. Go get the fishing rods and the fish. We're taking the dog home. Abigail! Can I get a hand? What's going on? The dog got bitten by a snake. Let's look after him. And the boy. Grab his rug. Is he gonna be okay? Jack, the dog is gonna be just fine. We never should have gone fishing! Sometimes... Sometimes... You just don't know how things are gonna turn out. But... But the dog... The dog's gonna be fine. It's okay, son. It's okay, son. It's okay, son. Allerdings is it's so, as John said, Rufus will surely be healthy. And it's very good, that John just immediately the initiative was caught. It's okay, I see. He's caught. Jack's got a big deal. He's caught. He's caught. He's caught. He's caught. He's caught. Ihr habt es gesehen, nicht nur sehr viele Rösser sind hier auf den Kopplen, wir haben hier auch Schöfe und was natürlich auch sehr bemerkenswert ist, ist hier das Feld, wo bereits schon einiges am Wachsen ist. Ich denke, was jetzt wirklich noch ausstehend ist, das ist das, was John Marston in der letzten Folge Sadie Adler gesagt hat, er möchte nämlich Abigail einen Heuratsantrag machen. Ihr habt richtig gehört. Und ich denke mir, das wird wirklich sehr romantisch werden, was jetzt vor uns liegt und wir möchten keine Zeit verlieren und dem Ganzen jetzt sofort nachgehen. I'll tell you what, woman, was a damn sight more peaceful round here before you came back? You're just lucky I'm a soft touch. I should sling it out by your ear. I always was a cold-hearted lizard of a woman. And you always was someone willing to live off the efforts of others. It's walk or work, old man. I got lumbago. You'll have more than that in a minute. John, tell her about my health. Do what the lady says. I worked my fingers to the bone, building this place, Abigail Robertson. Marston! Abigail Marston, Miss Marston to you. Miss Marston to you? Why'd you let him stay? He's actually been pretty useful. In a useless sort of way. Who's that? No idea. Friend or foe? We'll soon find out. It's the Getty's boys. From Proghorn Ranch? Yeah. Mr. Milton! Mr. Milton! Duncan! Sir, Ma found some old furniture in the attic. Pa thought maybe you folks would want it as a housewarming present, you know? Uh, they send their regards. How kind they are! Tell your Ma and Pa we're very touched. Where would you like the furniture? Uh, just over here. Then we can arrange. This is real kind of y'all. You saved the ranch! Pa said this is the least he could do. Well, that's about everything. Send your Pa my best regards. Tell him he's got friends for life and me and my family. Bye, sir. Ma'am. I can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. How about we take a ride into town? It's been ages since we spent any time together. It has. Let's go get the wagon. Okay, let's go. I feel like we ain't done nothing together like this since... Since, uh... Since forever? Maybe not forever, but a long time. We ain't had the time, you know? We've both been working hard. And now we got something to show for it. The ranch, this life. It's so nice, John. I hope it'll only get nicer. Was für eine nette Geste vom ehemaligen Arbeitgeber von John, Mr. Geddes. Neue Möbel für unsere neue Ranch, Beechers Hope. Und könnte das jetzt nicht eine fantastische Gelegenheit sein, den Abigail den Heiratsantrag zu machen? May I help you, my lady? Oh, John. And now to Blackwater. Is there anything you want to do? You said there were some things we still needed. We can buy them from that catalog. Let's go have some fun. I know your idea of fun, John Marston. Oh. I ain't had a drink and... Well... I left those things behind me. No, I mean... Good. Wholesome fun. Like, uh... Decent folk have. We decent now? I guess. Well, decent or not, I still got some erics to run. That's fun. What would you like to do? Maybe get our portrait took, for starters? Portrait? There's a fella in town, takes photographs. You want to stare at a portrait of yourself all day long? I hate to break it to you, but you ain't that much to look at. No. I want a picture of us. Me and you. Okay? Okay, then. Sure. Is there anything else you want? I don't know. Let's just... Walk around and... See where it takes us. I do have to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. Hell, looking after themselves may even be good for them. They'll starve. That may be good for them, too. With any luck, Jack and Charles will eat uncle. Don't get my hopes up. So maybe you're right. But we'll stay. You know I am. Okay, then. Portrait it is. Yeah, in digitalen Zeitalter von uns ist das natürlich Peanuts. Aber zu dieser Zeit ist das natürlich noch etwas ganz Spezielles gewesen. Von sich selber können eine Fotografie auf Kommode stellen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, die John Marston hier verfolgt. In Kombination mit dem, was er sicher jetzt auch noch geplant hat. Für sich und Abigail. I'll just put us here. Let me help you down. Why are you being so courteous? I don't know. There you go. I'm going to head to the Drapers for a minute. Won't take long, but I need to get some materials. You want to come with me or wait here? And after that, we can go get our photo taken? Yeah, after that, we can get our photo taken. All right, let's get that picture taken. That means that much to you. It does. Today it does. Ein Hauch von Liebe liegt in der Luft. I am kind of funny. A different kind of funny. Am I annoying you? No. I like this version of you. It just ain't you. Maybe I've changed. Finally? I don't know. Probably not. Come along with you. Hello, madam. Sir. Hello, sir. How can I help you? We're... We'd like to get our photo taken. Oh, a photo. Yes, yes, that I can help you with. Yes. So, what do we do? I'm sorry, what did... What did you want? Uh, our portrait taken. Oh, well, we do that. Yes, wonderful. Handsome couple. Quite something, but you need a background. A background? Yes. We have... Niagara Falls. Paris by night. We have Mount Vesuvius and its ruins. We have the open prairie. Take a... Take a look. Pick one. What do you think? Let's see the others. Just pull the lever there to release the next one. How about this one? It's dramatic, ain't it? Let's see what else they got. Okay, Niagara Falls. The Vesuvius in the Hintergrund. Okay, it's a little dark. Was that all of them? This is, uh... This is a bar. Surely there's a photograph of you in a bar already. Look, this was your idea, John. It's up to you. You've seen all of them. Anything you like? Boss issues. Ah, this one. Wonderful. That will be simply perfect. You know, I wish I had the Congo River, but they require grass skirts. I couldn't afford them. It's just so exotic. You stay there. I'll make a pose. that you feel comfortable with? Well, this is dignified. Try to enjoy it. I think I'd rather be cleaning the outhouse. Be quiet. Thought you were a cowboy. I'm a poser. Oh, no. I'm a poser. I learned from the best. That is true. Oh, I like it. Very good. Good. Lovely. Quite a pose. How's this? Perfect. Now, give me a minute. I'm going to develop this for you. Wait here. Take your time. What? Nothing. Nothing at all. Tough guy. Good and sling. Excuse me? Nothing. I didn't say anything. I just posed. Shut up. You know, you're not very nice to me. Oh, I'm nicer than you deserve. True. Here. Came out beautifully. Sure. Yeah. Look at that face on you. Be quiet. What do I owe you? Five dollars. There you go. Thank you. I'll see you again. Oh, yes. He'll probably come in for a pose. He seemed to enjoy himself. Bye now. What shall we do now? There is one thing I hadn't done. I've never been to see one of them moving picture shows. Never? No. Well, come on. Let's go do that. You sure? Of course. It's the marvel of the age. I love marvels. Okay, good. Let's go. Okay, five dollars. Das ist nicht gerade wenig für so ein einzelnes Foto. Und jetzt soll es auch noch ein Theaterbesuch sein. Der John benimmt sich wie ein vollendeter Gentleman. Oh, hello. Two tickets, please, to see sketching for sweetheart. That'll be 50 cents, please. Okay, what's it about? I have no idea. Thank you again. Come on in. A mystery awaits. It's just incredible. It's like they're really there. Hey, I'm trying to watch this. John Borsten. What are you doing with that arm? I thought you might be cold. John. That's women for you. Don't you dare, John Marston. What? I'm watching. Please. Shh. Looks so real. It's not. Don't be such a sour puss. Shh. Haha. Stop it. She's a piece of work. Really? Shh. Oh, my. Is it over? I think so. Come on. Be seeing you. All right. We better get home. Oh. We never get out. The farm will be fine. The farm. I love hearing that. Let's go down to the lake for a minute. The lake? Sure. Why? You finally gonna drown yourself? In a manner of speaking, I guess I am. Happily so. You're acting real strange. No, I'm not. Come on. You're a silly man, John Marston. What about Jim Milton? Oh, he's even worse. Let me help you in. Like I said, mighty strange. I like to row. Since when? You can hardly swim. I don't plan on capsizing. I wonder who's boat this is. It don't matter. We'll have it back. I hope they don't think we're... They won't think anything. Don't think. We're borrowing it. I hope I don't got leaks or nothing. She's seaworthy, okay? Relax. Look around. All I can see is a strange man rowing. I thought it was John Marston, but... Now I suspect he's been replaced with an imposter. Don't look at me. Look at the sky. The water. Here's good. Ain't it pretty? John, you can't tease me like that. Will you... Will you marry me? Get up. I am married to you. No. I mean... Proper. In front of God. Are you serious? I got this ring. I've had it for a long time. Take it. You serious? It would make me very happy if you would... We've lived a lot of lives. Let's just live this one from now on. You and me, Jack, a family, by law. John, I... I never... I didn't know what mattered to you. It didn't. But now it does. If you think this is dumb, I'm... I'm sorry. Shut up, you silly man. It kissed me. I元liche Dad. Will you help me? Love you. You've caused me. I love you. I love you. Musik Wenn ihr jemals einer Frau den Hof macht, dann kann euer Heiratsantrag nicht romantischer sein als der, den John Abigail gemacht hat. Er hat sie gefragt und sie hat Ja gesagt. Ich denke, dass John momentan zu den glücklichsten Männern im Wilden Westen gehört. Ich würde mir sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break und wir sehen uns zu meinem Let's Play Red Dead Redemption 2 Part 50. Ich bin auch ein Woldeboy und wenn es euch gefallen hat, hinterlegt mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn auch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage! Freuen mich euch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.